Das zweite Spiel gegen den Gastgeber Darf ich mir nicht verscherzen Die Predator-Liste Gegen meine 3 Predators Und 3 Cybots Okay Ich versuchte die Initiative noch zu klauen Wir haben ohne gespielt Dabei habt ihr mitgebracht Ich wollte sie auch nicht klauen Achso Ich habe zudem gesagt ohne klauen Also ich habe vorher ohne klauen Achso, ich dachte mit Ohne wollte ich eigentlich Dann kann man schlecht was sagen Alles klar Scout Moves Vorhin habe ich zudem gesagt ohne Weil ich das für so kleine Spiele zu verteidige Wäre ich nichts vorsehen Okay, Scout Moves erstmal Okay, dritte Runde In meiner zweiten Lahmgelegt Lahmgelegt, lahmgelegt Der hat das Schild gezündet Aber konnte trotzdem die Panzer lahmlegen Da sind meine Scouts gekommen Multimail hat es nicht geschafft Den Land Raider So irgendwie was anzuhaben Da kommen jetzt die Reserven Er hat nicht Er hat nicht Er hat nicht Er hat nicht Das Zeugel Ich habe richtig Scheiße Ich habe nicht Ich habe nicht Kein einzigen Kretter Ich habe nicht Ich habe nicht Ich habe nicht Killpoint mäßig 1 zu 0 Für Die Black Angels Seine Einheit ist schon weg Hat noch eine E-Faust Mal gucken Perdeter habe ich repariert Mit dem Meister der Schmiede Weil die einfach so viele haben Okay In meiner dritten Runde Oder in der dritten Runde Lahmgelegt Predator zerstört Im Nahkampf mit dem Land Raider Hat die E-Faust leider nichts gemacht Ist bei der Explosion von dem Ball Umgekommen Steht nur noch einer hier drin Hat aber seine Moral geschafft Vierte Runde Blood Angels Anfang der fünften Ich habe in meiner vierten nichts gerissen Doch der darf nicht schießen Der hat die Nebelwerfer gezündet Mein Tech Marine hat sich hierhin verpisst Der Sarge mit E-Faust ist da Es steht im Moment viel zu eins Ohne die Geheimmissionen Der hat schon Fenstergrose Augen gekonnt Der hat schon Fenstergrose Augen gekonnt Der hat schon Fenstergrose Augen gekonnt Geländetest ne? Oder war der nur Press dran? Der war Geländetest von Schmarrn Auf der Dose steht Das Kicktisch mit der doppelten Killermischung Ja Wie dabei entstanden Killermischung kickt deshalb doppelt so stark Okay, Gedanketest Ja, klar So Guck Monstert Fuscht dich mit einem fetten Kick Hat aber einen feinen Geschmack Und jetzt ist ganz leicht verurscht Oh nein Deine Eins gab Äh, acht Okay Fliegen die Äh, Inge-Test Inge-Test Oder willst du die Karten machen? Äh, in dem Fall Kann höchstens sein Furchtlostreffer Ja, aber wenn du flücht Achso Furchtlostreffer nur Ja Das heißt, du Mach noch einen Rüstungsdruck Du bist furchtlos? Ja Ja Ne, nicht furchtlos, sondern Sie kennen keine Furcht Ja geil, aber du sammelst dich nicht immer von 6 Zoll Du müsstest halt nur jetzt Ja Ne, ich mach, ich bleib stehen Okay, dann Licht 3 Zoll Äh, 5 Zoll Okay Genau Und mit dem dann 5 Zoll auch Dann Ja Ups Okay Das werde ich eigentlich nicht sammeln Das war's eigentlich, oder? Ja Das war's Toughes Game Wie viele Kill Points? Hier hab ich noch einen mehr, weil die sich nicht sammeln Die flüchten ja Äh, gibt das einen Kill Point, wenn sich die nicht sammeln Klar Alle Einheiten, die am Ende des Spiels, äh, Zuges sich nicht gesammelt haben Äh, komm ey, das ist dann Das ist mein zweiter, du hast 7 Ich hab meine Mission nicht geschafft Ich muss Also 9, 7 Äh, 9, 2 9, 2 Sehr gut Ich hab aber nichts kaputt bekommen, ey Ja, ich schon auch nicht Alles nur lahmgelegt, wie 7 7 7 Also 5 plus die Mission Ey, hättest du gesehen, mit was ich da drauf geschossen hab Ja 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 Der Tech Marine, den hat's dann doch hinterlegt Ich hab 3 Runden auf seinem Kacken Tech Marine Ich schmeiß mich in der verbesserten Deckung für einen Zweifelos Decke nie, der war's gut Harald Untertitelung des ZDF, 2020